Bistow mit C.M.A. Rumpel. Aussehen, Rumpel. Rumpel, leider die Stadtkarte sehen. Dort ist ein Staudreh. In 300 Metern scharf links abbiegen. So, wie weit wir waren? Ach, wir sind nochmal zurückgefahren. Und werden uns hinstellen. Jetzt scharf links abbiegen. Ja, ich drehe hoch. Und zwar hier. Bestellte hier. Jetzt abbiegen. So. Dann haben wir einen Griff. Leider ein bisschen Regen. Und zwar hier. Dann sind wir hier. Und zwar hier. Das ist ein schönes Bild. Und zwar hier. 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 Die Fahrt mit dem Platz. 100 miles von mir, den Juhl. Da ist es nicht kältig, wo du das hast. 24 km der Strasse von Bühne. 25 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 km der Strasse von Bühne. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ups 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 Das war's für heute. 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 Okay. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Geil! Wir lassen es vorbei! Heilig, Leute! Die meisten sollen wir nicht auffallen! Sprichtwort! Kein Glück da! Ein bisschen rückenverhangen, aber das ist eben toll! Wir haben es jetzt erst mal trocken Wärme auf. So, jetzt kommt er es jetzt in der Küche zu Hause an. Ein bisschen rücken! Ein bisschen rücken! Сейчас wir besser! Jetzt ist es jetzt noch ein paar Hände! Das ist noch nicht großartig! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Autobahn, jetzt kommt so aus. In 300 Metern rechts abbiegen, aufs Oboe, Richtung Berliner. Gleich rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. So, lass mal kurz Scheiben putzen. Wenn wir schon hier sind, putzen wir auch. Weiter geht's. Und rechts abbiegen. Scheibe halbwegs sauber. Und das Warnkumpen hier. Ja, da sind schon Berge, ne? Ich bin Norddeutscher. Was haben wir denn? Wohin soll Sobuli kommen? Wohin soll Sobuli kommen? Ja. In einem Kilometer rechts abbiegen. An Fahrtgangs gibt's hier. In der Rennstrecke? Ja, ja. Stiel gibt's hier. Ratsgar, muss hier eigentlich auch Rogenland heißen. Weil Rad ist z.B. in Begriffe, Monk, Ratzka, das du eigentlich im Bogen anpasst. Ich bin gerade aus Österreich. Jetzt rechts abbiegen. Schöner, jetzt ein bisschen Stopp machen. Oh, die fahren nach Gefahr. 1,2,1. So, das ist hier jetzt eine halbe Scheibe. Da hat das ein bisschen raus. Eine ganz grüne Fläche. Das ist hier. Navigation wieder abgeschüttet. Ich habe heute schon das 2.0. Paxi-Zelt und jetzt. Ich bin schon jetzt da. Jetzt mal da. Mit dem Paxi-Zelt. Navigationssystem Becker. Die RENDI 70 VELAM. Wieder abgestürzt. Das ist die Zeit beim Fahrten. Aber... Ich muss sagen... Ich kann mir kurz zeigen. Ah, schon wie ein Arsch das Ding. Auch nix. Oh, mal gucken. Hier. Wieder kaputt. Rausnehmen. Die ganze Kacke. Hier, macht nix mehr. Ah doch jetzt. Jetzt geht er wieder. Kommt nicht weiter. Pressburg und so. Zurück. Da ist eben abgestürzt. Und... Nun zeigt er die Karte. Das ist jetzt kaum nichts. Zurück. Meine Ziele. Geplante Routen. Ich hab noch einiges vor. Das berechnet er wieder. Progeende. Das ist die Route. Tracice. 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 Jugoslawien. Und da. Wir sind in Tracice. Und da ist er gerade abgestürzt. In 700 Metern bin ich am Ziel. Kurz vorm Ziel stürzt die Sau immer ab. Ja. Dann muss ich neu starten. Oder diesmal macht er das auch alleine. Also... Der hilft einem denn beim Abstürzen. Rücken neu starten. So. Jetzt klemm ich ihn da rein. Hier so ein... Arretierbolzen. Okay. 700 Meter. Drei Sitze. Ah. Es ist alles gar nicht so einfach hier. Ah. Es sieht erstmal gesund aus. So. Stopp. Die Rauschen sind natürlich voll... Voll längs. Und jetzt regne das auch wieder an. Ich dachte es wäre vorbei. Gucken wir seitlich mal hier an. Was sie gemacht haben. Was so ordentlich ist mit mir. Wie in Slowenien. Und ich glaube ich da kommen sie nicht ganz hin. In Slowenien da kommen sie nicht ganz hin. In 600 Metern haben sie hier Zwischenziele erreicht. Das ist etwas ristikaler hier. Oder so zu sagen. Aber... Man hat versucht eigentlich das. Patschitschen. Und hier haben wir Kontrollen. Oh Gott. Ja. 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 ja gut jetzt mal in die Sitzung da ja gut ja 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 okay ja 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 In 300 Metern rechts abbiegen, auflegen hier, dann links abbiegen. In 80 Metern rechts abbiegen. Jetzt links abbiegen. Also hier links. Und dann? So, ob ich mein Ziel erreicht? Jetzt rechts abbiegen. Das ist Becker-Navigation. Merkt nichts mehr. Ja. An dem gedacht? Jetzt links abbiegen. Wenn links kürzer. Was ins Deutsche Soften. Sie haben Ihr Zwischenziel erreicht. Ja, das wusste kaum noch so. Ich kämpfe hier mit dem Navigationsgerät mehr als hier mit der Straßhof. In 60 Metern rechts abbiegen. Okay, das war eigentlich ganz wieder auf. Unser Weg, Sand und Schudden. Wie vorhin war es. In einem Kilometer haben Sie Ihr Zwischenziel erreicht. Klar, der Warte ist aber nicht weit. Na toll hier. Erstmal. ... ... ... ... Vielen Dank. In 300 Metern haben Sie Ihr Zwischenziel erreicht. Sie haben Ihr Zwischenziel erreicht. In einem Kilometer haben Sie Ihr Zwischenziel erreicht. Das geht ja schnell. Mal kurz anhalten. Mal noch einmal Scheibe putzen. Jetzt müssen wir wachen als Service. Besseres Gucken. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.